Nein! Haarschlecken! Ist er doch bekloppt! Schlag zum Müll bringt ja mal gar nix! Feuerwurf! Los! Das ist doch meine geile Teich! Das macht rund die Schaden! Das macht Damage! Luka, hau drauf! Luka hat momentan noch übel sich schwache Waffe, ey! Wozu zum Teufel habe ich gerade gespeichert? Ich glaube, jetzt kommt der Big End Boss Fight! Bald ist es soweit, Königin Lena! Erstmal die Truhen hier! Scheiße! Ja! Wie seid ihr hier hereingekommen? Wer sich erkennt, das ist der Kanzler von vorhin! Steht doch da! Fuck! Majestät, trete zur Seite und überlasse uns die Ehre! Das ist übrigens jetzt wirklich Königin Lena! Seid vorsichtig! Kämpfen ist sinnlos! Niemand wird hier lebend herauskommen! Oh Frosch! Wird Zeit, dass du den Löffel abgibst! Verwandlung! Na ja, jetzt bin ich gespannt! Schleimkröte! Oder Schleimmonster! Hässliches Vieh, dass ich nicht näher identifizieren kann! wieder Jakra geworden! Er ist ein Jakra! Kombination! Scheiße! Attacke! So! Tech! Klingt alles nichts! Attacke! Ah! Stimmt, bei dem Vieh kann ich überhaupt nicht so viel Energie das hat! Feuerwurf! Los! 49! Schande! So! Wenn ich das nächste Mal Krono! 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 Objekt! Eta! Krono! Kombination! Feuerwurf! Los! Tech! Gar nichts! Attacke! Los! Aber Moment! Ich hätte jetzt! Kombo! Ich schlag! Ich schlag! Soweit ich weiß! Richtig gut! Yeah! Das ist doch richtig gut! Attacke! Warte! Ey! Lass Rocky am Leben! Den brauche ich noch! Roar! Roar! Ich weiß nicht wann der das macht! Auf jeden Fall macht das oft! So! jetzt erstmal! Tonic! 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 Nachschlag! Ich schlag! Aber! Ich schlag! attacke wort kombination nicht schlagt in jeher ja ich hab ja gerade getötet und königin lena gerettet 50 erfahrungspunkte erhalten 50 punkte halten 600 erhalten ihr könnt um mich zu retten danke frock der könig wortet gehen wir ins schloss zurück ich danke euch krone und luka ja tausend dank bitte kommt mit uns erst mal hole ich mir die truhen hier worte faktor sind kanzler drinnen echter kanzler danke das bis hat mich eingesperrt ich bin unverletzt wie ihr seht gott damit erhalten das ist ja vermutlich die stärkere variante sind das gibt auch kein was an jetzt kriegt das nicht mehr weg lasst uns ein schloss zurückkehren solange ich ja nicht hinlaufen muss sehr schön ich worum dich in sorge lena dieser böse jackra mich einzusperren und die königin zu entführen wir brauchen ein rechtssystem in diesem reich um solche töpfe zu bestrafen der ist tot wie willst du da noch bestrafen ich habe als wächterkönigin lenas versagt und schande über euch gebracht auch frocky ball ihr kam zur rechten zeit wer weiß was ohne eure hilfe aus mir geworden wäre übrigens wo ist das mädchen das man für mich hier ach ja ich habe prinzessin hat ja ganz vergessen chrono wenn es prinzessin hat ja verschwunden vielleicht ist sie noch hier klar ich bin der kasse von china du wissen frocky ball nicht so traurig durch meine schuld gerät die königin in gefahr ich werde euch verlassen um weiteres unheil zu meiden auch vorgehe nicht so chrono nicht den liegt erschwert zu viel dünne gefressen die dümmt ständig frische du hast aber auch nicht schlecht so weiter ich glaube ich muss sie hinten nirgendwo hin so schon bin ich mir nicht hier das zähl durch geheimnisvolle energie versiegelt und da gibt es einige von diesen boxen kein plan durch geheimnisvolle energie hier endet der weg echt scheiße warum sagt mir das keiner das hätte ich nicht von alleine gesehen keine gegner nein gott verdammt was muss ich jetzt noch mal machen einkaufen gehen ich muss auf jeden fall einkaufen gehen also hier neue tonic und so ich meine dass ich einkaufen gehen muss das ja erstmal nebensache nein nicht kämpfen ich will nicht kämpfen geht es da weiter ne ich will nicht kämpfen nein so hier runter und weg und raus und tschüss so einkaufen wo auch immer der Laden war ha sofort gefunden ich bin gut ja jetzt haben wir vorhin schon mal gelesen wir haben 5.710 Gold dann können wir doch ordentlich feigewehr bronzehelm mal 3 tonic mal unendlich so wir haben 99 tonics und ganz ehrlich das mache ich immer so ja kauf ich auch mal noch ein so alles andere braun hier nicht hör mal für den Rest Belebung so damit wir unsere ganz Kohle im Arsch so bronzehelm aufsetzen statt der Fellrobe den Anzug und Krafthandschuhe das lassen wir so so luka statt Luftgewehr feigewehr feldkappe bronzehelm damenkleid was man sichtfeld sichtfeld brauche ich auf jeden Fall so danke bis bald 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 bis bald